Musik Wir kommen zu den Mädchen U-17, die drei erstplatzieren. Auf Platz 2, Dara Hai. Auf Platz 2, Alisa Kramer. Auf Platz 1, Siegerin Mädchen U-17, Deutsche Meisterin Saskia Reinhardt. Applaus So, euch dreien auch nochmal herzliche Glückwunsch, euer Kraus. Applaus Und auch euch, die wir heute kurz zusammen zurück können. Auch beide zu Gast hier. Alle drei auch schon so recht schicken. Ja, herr, ich höre kurz euch rein. Vielen Dank. Applaus 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 Die Sieger der 37. Skorche in Einzelneinserschaft des 2015. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal.